Hallo meine lieben Freunde, da sind wir wieder bei Dark and Light und mich wird wieder angegriffen. Also mit dem Pferd hier rumreiten ist ja echt der Art, wird von jeder Stelle angegriffen, aber egal, ich werde jetzt hier hochreiten. Ich habe hier schon Kupfer gefunden und hoffe natürlich da auch, dass es hier Eisen gibt. Hier ist es sogar, Eisen. Das ist Eisen, da haben wir das schon mal. Aber das heißt, wenn wir jetzt hier auch noch Wasser finden würden, lass mich in Ruhe, dann wäre das perfekt Wasser. Da hinten sieht man so danach aus. Jetzt lass den mal eben hier stehen und mach mal die blöden Viecher da weg. So, einmal. Wo ist der andere? Hier war doch noch einer. Da bist du. Gut, äh. So, den auch weg. Ich drehe schon mal nachher ein bisschen was zum Grillen, ne? Ein paar Fleischbrüllchen. So, hier sieht es ganz gut aus bisher. Wir haben jetzt, jetzt haben wir eben. Gut, kann ich mal ein Fläschchen wieder auffüllen. Oh, guck mal, ein Törchen. Was ist denn das Schönes? Hier kann man leider nicht drauf bauen, das ist ein bisschen schade. So, Entschuldigung. Mach schon ein Pferdchen. Oh, ne, äh, euch wollte ich nicht entgegenkommen. Oh, da ist sogar anderes Material noch. Mein Gott, hier ist ja richtig toll. Ich will hierbleiben. So, jetzt müsste ich echt nur noch Wasser finden. Dann wäre das perfekt hier. Oh, den Ding gehe ich mal vorbei hier, ne? Muss auch gucken, dass ich, äh, weit genug von denen wegreite, weil ansonsten, äh, treffe ich die mit dem Reiten. Wie gesagt, mit dem Wunsen. Yeah. Oh. Ah, gut. Oh, die haben einen Zeigen gekriegt. Sehr schön. Oh, stopp. Hat er was dabei? Hat er was dabei? Nimm. Knochen. Eventuell mehr. Sehr schön. Riding of 2. Good stuff settle. Dear Reigns. Okay. Ich muss da auch nur aufsteigen, Mann. So, ich guck mal hier oben. Da oben sieht sehr vielversprechend aus. Ich hoffe, ich find da mal was. Ich hoffe, ihr drückt mir die Daumen. Bäume wär dann natürlich auch nicht so schlecht. Ja, zumindest am Fuße des Berges hier. Das wär dann natürlich auch nicht schlecht, ne? Aber da läuft... Hallo, kannst du mal bitte... Danke. Bleibt voll am Baum hängen. Nee, hier, äh, hier ist es nicht so... Da ist nix. Hier ist es blöd. Dann muss ich wohl doch da unten hinbauen und dann immer wieder hier hochreiten. Wobei das natürlich auch nicht gerade so toll ist. Obwohl ich hier rechts... Ne, ach so, da ist dieses Gebäude da noch. Ich muss mir erst echt mal ein, äh, ein Wildschwein zähmen. Also hier liegt genug Eisen rum, zumindest auf jeden... Also, auf jeden Fall. Das heißt, hier in der Nähe kann ich mein Zeltlager aufbauen, ne? Oh, hallo, Elementar. Nur wo? Weil ich brauch ja schon eine gerade Stelle. Hier unten. Da müsste ich aber die Zwergnasen da wegkriegen. Kann ich auch hier unten irgendwo... Da sind die Panther unterwegs. Also hier ist wieder Action. Hier wär echt super. Oh, da ist auch ein Panther. Lassen wir den mal, ähm, ne? Oh, da unten ist ein Elite gewesen. Die Elite Goblin. Ist der mit hier? Da ist nur eine zu kleine Stelle wiederum. Ne, ne, echt, Leute. Hier ist sehr... Oh, warte mal. Hier ist doch top. Ja, hier in euch Nasen kann ich wegboxen. Das ist jetzt nicht das Problem. Aber mich machen halt die, äh... Die Panther Sorgen. Aber hier wär eine perfekte Stelle eigentlich. Hier sind viele Bäume, hier sind einige Steine. Und ich bin hier direkt beim... Beim Berg. Das ist perfekt. Und hier... Aber hier unten Wasser? Ist hier unten Wasser? Ja, hier unten ist auch Wasser. Super. Bisschen mehr Steine, wenn nicht schlecht. Oh, und da ist ein Panther. Egal, den mach ich platt. Lass mich in Ruhe. So, ich muss erst mal die... Kabuki-Jo da unten wegmachen. Wo ist er? Da, Alter. Hat sich da irgendwas jetzt kaputtgegangen bei mir, oder? Natürlich. Halt, halt, nein! Mein Pferd macht zu platt. Blatt, du blöde Sau hier. Ich muss mein Pferd am Einschlagen hier. Kann ja wohl nicht wahr sein, ne? Oh, wo waren die anderen zwei kaputten? Waren da noch welche? Da ist einer. Jetzt nicht mehr. So, ich würde mal vorschlagen, dann baue ich hier weiter auf. Oh, nein! Halt, sorry. Entschuldigung, Pferdchen. Oh, da ist auch noch so einer. Komm, den brenne ich jetzt weg. Wo ist er? Oh, cool, der bleibt hängen. Wo ist er hin? Ah, toll. Fünf, hallo. Jawoll. Jawoll. Ah, schon mal deckt Fell, das ist ja gut. Ah, ich muss irgendwie höher bauen. Ach, da ist mein Pferd. Schon gedacht. Ich hab schon gedacht, ich hätte es verloren. Ach, Mensch. Was macht mein Pferd da? Ah, noch einer. Wo kommen die denn alle her? Ah. Noch mehr, Probleme oder wat? Wo wir die die ganze Zeit auch noch mit den, mit den Töten von diesen dummen Goblins hier. Ich bräuchte echt am besten irgendwie so eine Anhöhe, aber ähm, was heißt Anhöhe? Was war das denn jetzt? Irgendwas geschafft. Keine Ahnung, was passiert ist. Ähm, ja, was gucken, damit ich höher bauen kann. Und vor allem am besten in Stein und sowas. Aber erstmal muss es reichen, wenn ich hier baue. Also sowas. Hm, das hier. Ähm, und wo haben wir denn den, ach da. Äh, Holz brauche ich. Ganz viel Holz. Das hat die Pferd hier noch in Auge behalten. Gab's da damals nicht mal mehr, Fröls? So, erstmal alles schön wegarbeiten hier. Kann sein, dass ich dann in der nächsten Folge schon, äh, ein Dumizil habe. So, wo sind sie da da? Da, 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 da. Da brauch ich mehr Sto. Ich hätte, ich hätte das Sto natürlich auch mitnehmen können, ne? Ich Backpfeife. Ich hab gedacht, ich fährt, konnte irgendwas. Anscheinend nicht. Ähm. Noch ein bisschen Seile. Hallo, kannst du dir mal kloppen hier? Danke. So, ich brauche hier auch noch Heu. Oder Stroh eher gesagt. Ja, scheiß. Genau. Wie bringt das alles nicht viel? Ach so, das kann ich gar nicht ernten. So, ich hab schon mal ein schön freies, freies, freies Plätzchen gebaut. Das heißt, ich werde jetzt, äh, nein. Ähm. Wo ist denn der? Da. Zwei. Wieso kann ich denn nur zwei? Ach, Heuze. 101 von 50. Mein Gott, ey. Haben die das erhöht, oder was? War doch vorher nicht so wenig. So, was hab ich, äh, was hab ich denn da gebaut? Ich hab Kompost bin gebaut. Ich, ich, volle Horst. Na, da hab ich das wenigstens schon mal. Ach, nee, ey. Warum steht das denn unter Häuserbau? Wo ist denn die, äh, Foundation? Äh, das ist die Foundation jetzt. Was denn? Das sind Schreibenhonig. Na gut. Holzhacken. Kannst du mal die dämliche Axt in die Hand nehmen? Hallo, die Axt, bitte. Was ist denn jetzt los? Der nimmt die Axt nicht mehr in die Hand. Ich glaub es nicht. Nix mehr, außer den Stab. Futter tut auch nix mehr. Ja. Ja, sauber. Was ist denn scheiß? Was ist denn scheiß? Was ist denn scheiß? Ich hab keine Ahnung. Irgendwas, äh, will er da nicht, gerade. Ich setze dir jetzt einfach mal hierhin. Weil seitdem war das auf einmal. Ups, falsche Taste. Ne, geht nicht mehr. Super. Naja, gut. Okay, die Folge ist dann eh zu Ende. Aber ich denk mal neustart. Mal gucken, ob es damit, äh, irgendwie zusammenhängt. Oder... Ich weiß es einfach nicht. Keine Ahnung, was da los ist. Für was sag ich dann mal, bis zur nächsten Folge. Und wir sehen uns dann... ...bei der nächsten Folge. Also, bis dahin. Denkt an das Däumchen, wenn es euch gefallen hat. Bis dann, euer Wobrad. Ciao, ciao.